Wir werden niemals ein Ende finden, ihr und ich, selbst im Tode. Beweist es, wenn ihr könnt. Ich habe euch schon einmal niedergeschreckt und ich werde es wieder tun. Das Ende war schon da und ist wieder weg, Bruder. Ich habe meine Vergeltung bekommen. Ihr seid ja nur ein Haufen Asche. Kehrtrott hin zurück, wo ihr hergekommen seid und meldet mich nicht mehr, Bruder. Ja, ich habe meine Vergeltung bekommen. Am Ende wird euch nichts anderes als Vergeltung bleiben. Versteht ihr jetzt? Oh, er wird zum Schlechter. Oh. Wir haben acht Stunden gerastet und sind wieder komplett geheilt. Auch nicht schlecht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also gehen wir erstmal wieder raus. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nicht Weltkarte, ich will das hier machen. Dann gehen wir erstmal hier drüben weiter. Okay, ja, Safana, die rennt jetzt richtig vor. Wie sieht es eigentlich so mit Munition aus? Tu mal 80 davon in den Rucksack. Und die Gewitterbolzen hätte ich auch gerne. Wissen Sie was, wir machen erstmal kurz einen Abstecher zum Lager zurück und verkaufen. Hi, Edwin. Wir hatten dich hierher gelassen. Enthüllung. Auflagensfähigkeit. Das offene Geheimnis. Schaden. 4W8. Magie gegen Untote. Wer doch gegen Stab für Halbenschaden. Spezial schwächt Leichname und macht sie so anfälliger für Angriffe. Lass das da rein, ja. Und das nicht. Okay, hier sind ein paar Sachen zum Verkaufen. Hier ist nichts Besonderes. Na ja, den Infravisionstag, den können wir verkaufen. Und ganz ehrlich, die Weinflaschen verkaufen wir. Können wir wenigstens einen Teil. Du hast nichts zu verkaufen. Du hast jede Menge Edelsteine zu verkaufen. Aber sagen wir doch erstmal Edwin Hallo. Hä? Was ist das? Woher kamst du? Warte, Odessiron. Du kannst niemandem vertrauen. Hä, was ist das? Wo kommt ihr denn her? Vorsicht, Odessiron. Man kann niemandem trauen. Edwin, Edwin und Odessiron. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Was habt ihr denn gesagt? Sprecht ihr mit euch selbst? Wo ich denn herkomme? Ich war direkt vor euch und ihr hättet mich fast zu Niedergetrampeln. Ich habe keine Geduld für eure Gans oder euren Fragen. Passt in Zukunft auf, wo ihr hingeht. Sonst werden sich eure nutzlosen Augen einen neuen Kopf suchen müssen. Edwin. Wartet, Brenno. Ja, was bringt euch hierher? Der Treuzezug von Kayla Argent im Norden. Ich möchte ihn aufhalten, bevor er sich noch weiter ausdehnt. Wieder einmal werde ich in irgendwas hineingezogen. Kayla Argent möchte mich töten. Oder Argent. Kayla Argent hat versucht, mich zu töten und mache ich dasselbe mit ihr. Es ist kindisch, ja, aber sie hat schließlich damit angefangen. Ich weiß nicht wieso, aber Kayla Argent hat versucht, mich zu töten. Sie hat es nicht geschafft. Jetzt wird sie für ihren Fehler büßen. Es scheint, als hätte euch das Schicksal... Als hätte euch das Schicksal... Als hätte euch das Schicksal mir gebracht. Die strahlende Dame folgt mir und ihr wollt sie töten. Unsere Interessen decken sich und ihr solltet ihr versagen. Nun, dann ist mir kein Schaden entstanden. Kayla jagt euch, ist sie in der Nähe. Ihr lauft, oder soll ich lieber sagen, ihr wart schon vor der strahlenden Dame davon. Für die Liebe der Güter, spart euch diesen Schmutz für den Nachttopf auf. Ihr Odess, Oddi, Zauberer. Wisst ihr, wo Kayla sich zu finden ist? Sie ist gewunden wie eine Schlange, die auf ihre Beute wartet. Kaum eine Tagesfreisung von ihr entfernt. Ja, ich kann Edwin nicht mitnehmen. Allein schon, weil Dünner hier und er sich umbringen werden. Deswegen schließt euch mir an, Edwin. Können wir vergessen. Wir haben viel zu besprechen. Außerdem will ich Edwin nicht dabei haben. Das muss ich sehen. Danke für die Information, Edwin. Das ist alles, was ich brauche. Lasst uns auseinander gehen mit großer Eile. Danke für die Information. Hm, ihr werdet der strahlenden Gaben in Gegend treten. Vielleicht sollte ich mich euch anschließen. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Gegen uns beide hat sie keine Chance. Wenn ihr Gesellschaft sucht, könnt ihr im Lager der Flammenden Faust bleiben. Fast nötig finde ich euch dort. Geht nun. Schließt euch den Truppen an, wenn ihr wollt, aber nicht mir. Folgt dem Lager vorhin und sagt der Wache, dass ich euch geschickt habe. Nehmen wir die zwei. Ihr werdet diese Entscheidung. Und wenn ihr zurückgekommen zu mir, und fleht, dass Odysseon euch rettet, werde ich hinunterblicken und flüstern, nein. Unerwartete Verbünde. Ich habe Edwins Angebot, sich mir anzuschließen. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Ja, ich suche aber genau Belgram. Hast du noch mehr tolle magische Gegenstände? Nö. Aber ja, wir können hier... ...ein bisschen was verkaufen. Sternsachfieren nicht. Das ist im Moment auch nicht. Ende war das Geschenk. Nö, auch nicht. Spitzbogenstein und die... Na komm, wir verkaufen mal ein paar Halsketten. Ach, das ist nur einer. Bale. Äh, Prinzenringe. Da behalten wir mal einen. Jede Menge Zirkone und Smaragde. Luchsaugen, Silberring. Amulette Schutzes behalte ich auch mal beide. Königstränen. Na, die verkaufe ich erstmal nicht. Die Grünstein-Amulette können allerdings weg. Das Schild-Ambulett kann auch weg. Ganz ehrlich, äh, Behälter öffnen. Der kann in den Rucksack. Der kann in den Rucksack. Das sind nämlich eigentlich alles, äh, Ausrüstungsgegenstände. Und dafür ist unser Nimmer voller Beutel besser geeignet. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Unser Gold ist ein bisschen aufgebessert. Das ist gut zu sein, Minnsk. Du, ich und unser Freund. Und Boo! None of this would be possible without him. Yes, of course. How could I have forgotten Boo? It is like old times again. Action! Adventure! Smashing evil! If there be danger about, Boo and I will protect you! Das ist meine nette Unterhaltung. Es ist schön, wieder unterwegs zu sein, Minnsk. Ihr, ich, und ihr und ich sind wie unser Freund Brenno, ihr. Und Boo. Ohne ihn wäre hiervon nichts möglich. Ja, natürlich. Wie konnte ich nur Boo vergessen? Es ist wie in den alten Zeiten. Nervenkitzel, Abenteuer, das Böse vernichten. Wenn Gefahr droht, werden Boo und ich euch beschützen. Daran habe ich keinen Zweifel. Im Gegenzug werde ich versuchen, euch auf den rechten Pfad zu bringen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Ei, Spinne. Warum ist Minnsk erschöpft? Ah, er schläft. Ja, Abel. Ich traue diesen Fleck nicht. Hier ist garantiert irgendwo eine Spinnenfalle. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ha, grüß dich doch. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Hm. Geringerer Stein-Golem und Statuen. Und Gaut. Hm. Also, das ist wieder eine Seele, die wir in die Welt rufen könnten. Worum ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, erstmal gucken. Wobei, erstmal will ich herausfinden... Äh, das kann ich aber nicht hier. Ja, oder was bist du? Ach, ein kleiner Betrachter. Ja, was ist denn das für ein gutaussehender Abenteuer mit jeder Menge Schätze? Friedenkreatur, ich möchte nur reden. Ich bin nicht sicher, was mein Aussehen betrifft, aber die Schätze gehören mit Sicherheit mir. Wenn wir wirklich einen Kampfwalt könnten haben. Frieden. Zittert vor mir, Mensch. Ich zerreiße euch und zeige euch eure köstliche Magie heraus. Versucht es, wenn ihr müsst, aber denkt daran, dass ich nicht zwinge, werde mich selbst zu verteidigen. Große Worte für einen hässlichen, treibenden Sack. Ihr droht mir, das ist ein Fehler. Und ihr fehlt gleich heraus, wo... Wie groß dieser Fehler ist. Große Worte für einen hässlichen, treibenden Sack. Äh, rar. Wie kann ich helfen? Tis my will! Ja. 6.000 Erfahrungspunkte. Nicht so besonders. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Worum geht es diesmal? Jeringer Steingohlem hat nichts zu sagen. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Haben wir noch eine Steinsfleisch? Hm. Ja, ich will. Ich werde euch in Stücke reißen, Zauberin. Wo ist sie hin? Diese Falke, Zauberin, hat mich in Stein verwandelt. Mich, wenn sie jemals wieder begegnet, werde ich sie ins Jenseits befördern. Meine Kunst, Bünderer. Dafür werde ich euch vernichten. Amen. Ciao. Arbeit.